Nach Köln 50667 wird auch Berlin Tag und Nacht verjüngt. Während bei Köln 50667 derzeit ein Cast-Umbruch stattfindet, sorgen sich Fans nun um die Zukunft von Berlin Tag und Nacht. In den letzten Monaten wurde Köln 50667 von einer wahren Kündigungswelle erschüttert. So mussten wir uns allein in den Wochen vor Weihnachten unter anderem von Beate, Diego, Lucy, Patrick, Luca und Oli verabschieden. Der Ausstieg der Darsteller, innen kam nicht gerade freiwillig, sondern von Seiten der Produktion. Wie Stars wie André Kartitsch, Pascal Zeller und Patrick beinlich durchblicken ließen. Und das hat auch einen Grund, wie letzteren und ja Instagram verrät, wie man sieht, es ist ein Umbruch. Es passiert gerade etwas, Veränderungen finden statt, man probiert vielleicht etwas aus, also die Serie. Die ganzen genauen Hintergründe darf ich natürlich nicht sagen, dann komme ich in Teufels Küche. Ich denke, das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, die Serie wurde verjüngt. Werden nun auch BTN-Stars rausgeworfen? Seitdem fragen sich Fans zu Recht, wen wird es noch treffen? Und wird die Kündigungswelle auch Berlin Tag und Nacht erfassen? Immerhin handelt es sich bei BTN um die Mutterserie von Köln 50667 und vieles von dem, was von der Machart oder dem inhaltlichen Aufbau in der einen Serie verfolgt wird, wird auch in der anderen umgesetzt. Zugegeben, in den letzten Jahren haben Fans immer wieder beobachtet, dass jüngere Darsteller innen nachgerückt sind und viele Originale wie etwa Peggy. Darstellerin Katrin Hamann die Serie verließen, das ist schließlich auch der normale Lauf der Dinge. Zudem lebt BTN davon. Geschichten verschiedener Altersgruppen zu erzählen. Das war auch schon während der Anfänge. 2011 so, als Hannah, Anne Wünsche, noch zur Schule ging und Joe, Lutz Schweigl, seine WG gründete. Daher ist es recht unwahrscheinlich, dass die Macher nun ebenfalls auf eine gänzliche Verjüngungskurs setzen. Dennoch fällt beim Betrachten der neuesten Castfotos auf, dass erschreckend viele Fehl-Lieblinge auf den Aufnahmen fehlen. So sind Ole und Beat darauf nicht zu sehen, auch von Miguel, Nino und Amelie fehlt jede Spur. Und sogar Tom und Mike wurden am Shooting-Tag offenbar nicht abgelichtet. Vielleicht kommen also durchaus noch einige, dauerhafte, Ausstiege auf uns zu, doch zu verjüngen scheint sich die Serie fürs Erste nicht weiter.